DAX Trading 4.07.2019 Tagesgewinn, 1000 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltsamec kennt sie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli 2019 und es ist jetzt 9 Uhr und der DAX steht bei 12.644 Punkten. Ich gehe von einer Steigerung erstmal aus und kaufe einen DAX für 12.644 Punkten. Jetzt um 9.06 Uhr ist der DAX tatsächlich etwas gestiegen und steht bei 12.655 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 11 DAX Punkten mit. Jetzt um 9.07 Uhr dreht der DAX wieder. Ich mache einen Leerverkauf über 12.653 Punkten. Nun haben wir es 9.08 Uhr. Innerhalb der einen Minute ist der DAX auf 12.643 Punkte gefallen. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 2010 DAX Punkten mit. Jetzt um 9.11 Uhr dreht der DAX wieder und steht bei 12.645 Punkten. Ich kaufe einen DAX für 12.645 Punkten. Nun um 9.14 Uhr ist der DAX also gestiegen und steht bei 12.652 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von weiteren 10 DAX Punkten mit. Jetzt um 9.19 Uhr dümpelt der DAX sie vor sich hin und steht jetzt bei 12.651 Punkten. Ich mache einen Leerverkauf für einen DAX von 12.651 Punkten. Jetzt um 9.40 Uhr ist der DAX tatsächlich gefallen. Ich stelle glatt für 12.630 Punkten und nehme den Gewinn von 21 DAX Punkten mit. Nun um 9.41 Uhr dreht der DAX womöglich wieder. Ich kaufe einen neuen DAX für 12.629 Punkte. Jetzt haben wir es 10.01 Uhr und der DAX ist tatsächlich gestiegen und steht jetzt bei 12.641 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 12 DAX Punkten mit. Nun um 10.04 Uhr dreht der DAX vielleicht wieder. Ich mache einen Leerverkauf für 12.640 Punkten. Jetzt haben wir es 10.18 Uhr und der DAX ist wie gedacht gefallen und steht jetzt bei 12.621 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 19 DAX Punkten mit. Jetzt haben wir es 10.29 Uhr und der DAX ist hin und her gependelt auf 12.623 Punkten. Ich kaufe einen neuen DAX für 12.623 Punkte. Jetzt um 11.05 Uhr steht der DAX etwas gestiegen bei 12.629 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 6 DAX Punkten mit. So jetzt ist es 2 Stunden getradet am DAX. Ich mache Schluss und habe heute verdient 11 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, 21 Punkte, 12 Punkte, 19 Punkte, 6 Punkte. Er macht insgesamt 89 DAX Punkte, also etwa 1000 Euro abzüglich Transaktionskosten.